Yo, was geht ab Leute, FrapeStuddy hier und zwar zeige ich euch heute, wie ihr eure Multiplayer-Charakter nochmal umändern könnt, nachdem ihr sie eingestellt habt. Dazu braucht ihr einmal einen ersten Account, zum Beispiel mit, wie bei mir, 68. Level und einmal einen zweiten Account, der ist mit Level 6. Er muss Level 6 sein, Leute, ansonsten tut es mir leid für euch, es klappt nicht, aber es muss Level 6 sein. So, was ihr dazu als erstes tun müsst, ist, wenn ihr den Level 6 Account gemacht habt, drückt ihr hier einmal Options, geht auf Online, klickt da einmal drauf, geht auf Charakterauswahl, drückt X, dann wählt ihr euren Second Charakter aus, das heißt zum Beispiel den, also das ist der dann mit dem sechsten Level. So. Nun wählt ihr halt euren zweiten Charakter aus, zum Beispiel bei mir ist es so, ich möchte meinen Charakter männlich machen und deswegen mache ich das Ganze hier. So. Dann geht ihr hier auf den zweiten Charakter drauf, drückt da einmal X und geht mit ihm in den Multiplayer. Ja. Nun. Genau. Und im Multiplayer gibt es dann eigentlich weiteres. Willst du deinen Charakter, das ist das Aussehen verändern, kommt da dann als Frage, dann drückt ihr Home. So. So, dann steht da die Verbindung zu PSN unterbrochen. So. So, nun Leute, der entscheidende Punkt kommt jetzt. So. Moment, hier mal endlich weg. So. Wenn ihr jetzt hier seid, müsst ihr auf jeden Fall, das müsst ihr euch merken, Leute. Ihr müsst hier runterdrücken, dann lasst ihr das erstmal so rumstehen. Einfach so lassen. Es muss ungefähr zwei, drei Sekunden so dauern. Dann lasst ihr das wieder los, drückt auf Options, dann geht ihr auf Online, dann geht ihr auf Charakterauswahl wieder. Dann drückt ihr wieder hier X. So. Dann dauert es natürlich mal wieder einen Moment. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, ihr müsst erst Singleplayer sein, ihr müsst ins Spiel mit Singleplayer starten. Dann müsst ihr auf Options gehen, Charakterauswahl, müsst einen zweiten Charakter erstellen, von 0 auf 6 leveln, wieder in Singleplayer rein. Und dann ab da, hab ich es ja euch gezeigt, ich war im Singleplayer, dann Charakterauswahl, blablabla. So, wenn ihr dann hier drin seid, geht ihr auf euren Hauptcharakter. So. Da wartet ihr jetzt ein bisschen ab, weil das Spiel ladet im Hintergrund nur, ihr wisst es nicht. So. Dann wählt ihr das einfach aus. Das muss nicht lang sein, einfach nur dann auswählen. So. Jetzt kommt das Entscheidende. Also das ist jetzt das Coolste. So. Jetzt wird da gefragt, blablabla, möchten sie das Aussehen, ihr Charakters ändern? Dann drückt ihr natürlich Ja. Und das Geilste ist, das geht normalerweise nicht, meine Damen und Herren. Guck mal. Also ich bin 63. Level und normalerweise kann man da ab diesem Level seinen Charakter aussehen und so nicht ändern. So. Ich mach meinen Charakter jetzt männlich. Genauso. Leif der Hase. So. Nee. Ist mir nicht. Ich weiß egal. Ich muss auf jeden Fall Sohn und Vater haben. Hm. WTF, Leute. Es gibt auf jeden Fall sehr komische Charakter hier. Also sehr minderwertig, muss ich nicht sagen. Also mach mal mit meiner Mutter bislang anders. Benjamin. Benjamin. so ach das interessiert mich alles gar nicht eigentlich nur das Haar halt hier das will ich auf jeden Fall auf schwarz oder ne machen wir braun so ne schwarz Augenbrauen ne ich möchte kein McDonalds was sind das für Bastard Augenbrauen so lasse ich das so ich möchte nicht so 90 jährig aussehen auf jeden Fall weg hier naja raus Bekleidung ja das mach ich später Moment Chile Mini ne also leute hier seht ihr ja alle schon ganz hoch ne das war's ich bin 63 Level wie ihr sehen könnt Erdo Nino ne das soll Erdo sein ich heiße Erdo Leute so Erdo 63 Level ihr wisst bescheid so leute das war's noch ich weiß der Glitch ist richtig Hammer ich weiß ganz genau dass jeder von euch auf jeden Fall ungehindert seinen Charakter umändern will weil es kommen immer wieder neue Mode Styles neue Glitches die ihr auch ausprobieren wollt und deswegen Leute macht diesen Glitch und auf jeden Fall den müsst ihr weiter teilen das müssen so viele Leute wie möglich erfahren weil das möchte die ganze Welt also sowas will jeder GTA Spieler will das der Ahnung hat sorry jeder GTA Spieler der Ahnung hat will so ein Glitch machen Leute und das ist das entscheidende so das war's dann auch eigentlich von mir was ich noch sagen muss ist auf jeden Fall Leute ich habe einen Crew ich habe eine Crew hier in GTA und ich würde mich freuen wenn ihr auf jeden Fall in meine Crew reinkommen würdet und ja genau also jeder kann rein das ist offen ohne Einladung egal ob ihr PS3, Xbox, Xbox 360, PS4 egal was dieser Glitch funktioniert auf jedem Account auf auf jedem auf jeder Konsole und das ist so einfach meine Damen und Herren so das war's dann eigentlich auch schon von mir auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen haut rein Leute